Hallo, herzlich willkommen bei Modellbauer Nürnberg. In diesem Video zeige ich euch den Flytest Buschwecker. Und zwar geht es darum, in diesem Video zeige ich euch Tipps vor dem Bau und auch Tipps für den Zusammenbau des Buschweckers. Kommen wir zum allerersten. Wir hatten zwei Bausätze des Buschweckers. Der erste war durch die Lagerung beim Online-Händler vermutlich. Die Faunbordplatten, die ankamen bei uns, die waren leider verbogen. Dadurch wurde der erste Rumpf, den wir zusammengebaut haben, sehr schief. Zum Glück ist der Händler sehr gut und hat uns Ersatz geschickt und wir mussten nur gescheuert den alten zurückschicken. Ja, hier sieht man schon das Endresultat. Der Buschwecker schaut echt sehr schön aus. Ich bin sehr zufrieden damit, wie er geworden ist. Vor allem durch die Multiplex EC Elapore Color Farben. Ja, die Lackierung ist echt super geworden. Schöne schwarze Räder, der Rumpf unten komplett gelb bis nach hinten durch. Wir haben sogar eine Akkuklappe, die Flytest gar nicht vorgesehen hat. Einfach aus Resten gemacht mit Klettband. Kann ich euch später mal zeigen. Aber jetzt geht es erstmal um die Tipps vor dem Bau. So. Es beginnt schon mal damit, dass man zu zweit sein sollte. Das ist das Wichtigste, weil man muss, einer muss kleben und der andere muss die Teile dann zusammenhalten und pressen, damit die Teile auch richtig schön halten. Außerdem immer ein Geodreieckquist bereit haben, damit der Rumpf auch sehr schön rechtwinklig wird. Nicht, dass irgendwas schief wird. Das wäre nicht so gut. Ja. Vor allem aber bei den Klackflächen soll man zu zweit sein, weil alleine bekommst du das einfach nicht hin. Du kannst so viel Druck und auf die Länge kannst du das gar nicht hinbekommen beim Zusammenbau. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Verwendet die richtige Heißklebepistole. Diese hier, die wird wohl um die 200, 210 Grad heiß. Diese Metabo. Und dann habe ich hier die Dremel 930-18 oder sowas. Die hat einmal 105 Grad und einmal 165 Grad. Ich dachte, man braucht die 105 Grad Stufe. Aber nein, selbst die 165 bzw. 170 Grad Temperatur macht dem Formport nichts aus. Das bedeutet, kauft euch entweder die Dremel 930-18 und verwendet sie bitte auf der höchsten Stufe. Weil auf der niedrigeren wird der Kleber, die Heißklebepistole, zu schnell kalt. Also, ja. Man hat keine Zeit mehr, um nachzubessern dann. Wenn zum Beispiel mit dem Geodreieck was nicht richtig stimmt, dann kann sein, dass das Teil schon fest ist. Und bei 165 Grad hat man halt dann mehr Zeit, bis das abkühlt. Und ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann zu den Farben. Die lassen sich sehr gut verarbeiten. Die kann ich bedenkenlos empfehlen. Die haften auch sehr gut auf dem Material. An den Drahtflächen gebe ich euch den Tipp. Lasst diese komische braune Folie einfach komplett drauf. Und lackiert dann drüber über diese Folie. Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Weil dann kann man einfach viel besser damit arbeiten. Und ansonsten, beim Rumpf könnt ihr ruhig die Folie abziehen. Auch beim Fahrwerk, an den Seiten- und Höhenruder und so weiter. Zieht ruhig die Folie überall ab. Alles was den Rumpf betrifft, könnt ihr komplett abziehen eigentlich. Da ist die Folie nicht ganz so wichtig. Aber ihr müsst beachten, immer beidseitig abziehen. Wenn ihr nur eine Seite abzieht, dann kann es sein, dass sich das Material wölbt. Und dann kommt noch ein Tipp. Kauft euch aus dem Baumarkt eine Designfolie. Ihr könnt euch eine Farbe aussuchen. Ich habe weiß genommen. Ist halt eine schöne Grundfarbe. Die einfach selbstgliedend ist. Auf einer Seite. Und auf der anderen Seite so ein Papier ist. Und die schneidet ihr dann aus. Und ihr könnt die dann für die Seiten- und Höhenruder als Gelenke verwenden. Die man hier eventuell erkennen kann. Ja. Das funktioniert einwandfrei. Und ihr könnt darüber auch lackieren. Sehr schön. Das Beste an der Designfolie ist allerdings, man kann daraus auch Schablonen machen. Für die Fenster dann, weil da sind logischerweise keine dabei. Muss man alles selber aufzeichnen und so weiter. Und dann klebt man das halt drauf und kann schön schwarz lackieren und so weiter. Also die Designfolie rechnet sich auf jeden Fall. Kostet auch nicht so viel. 5, 6, 7 Euro. Je nach Größe, wie groß ihr eure Rolle kaufen wollt. Ja. Dann kommen wir zu den Akkus. Ich habe da 3 Zeller Zippis mit 2200mAh und 40c. Bei Hobbyking natürlich geholt. Für um die 9 Euro ein Akku. Ich habe davon 4 Stück. Ihr könnt auch diese Akkus nehmen. Den einzigen Nachteil, den es dabei gibt, das ist der, dass das Akkufach, zumindest wenn man es wie ich macht, mit diesem Klettverschluss und so weiter, dann ist es ziemlich fummlig, den Akku rein und raus zu bekommen. Es funktioniert schon, aber wenn man nicht so viel rumfummeln will, dann nimmt man halt einen 1800er oder sowas. Ich denke, die passen dann besser rein. Außerdem dabei bei der Brushless Combo, beim Powerpack C, also C, wo ich gekauft habe, das auch 3D unterstützt und so weiter, also sehr viel Motorleistung hat und so weiter und auch Klappenservus inkludiert sind. Da ist auch die Silipo Safety Bag dabei. Die verwende ich für die Auto Akkus und die kleinere für die Flugzeug Akkus. Wenn ihr eine Dremel 3918 kaufen solltet oder allgemein eine Heißklebepistole halt, die 170 Grad heiß, beziehungsweise warm wird. Es gibt auch Akku-Heißklebepistolen. Für den Zusammenbau vom Buschwecker empfehle ich euch fast schon eine mit Kabel, aber eine mit Akkus auch nicht zu verachten. Die könnt ihr nämlich aufs Flugbefeld mitnehmen und dann, falls was abbrechen sollte an eurem Modell, könnt ihr vor Ort dann mit der Akku-Heißklebe was kleben. Also am besten ist es, wenn ihr es wollt, kauft so eine mit Kabel und eine mit Akku für unterwegs. Und für Heißklebesticks kann ich euch diese B-Way empfehlen. Die funktionieren einwandfrei so gut wie die Original Dremel und sind deutlich billiger. Das sind nämlich 80 Stück und die kosten glaube ich 8, 9 Euro. Und die sind auch länger, die sind 14 bis 15 Zentimeter lang und die Trämer sind nur 10 Zentimeter lang. Und die schmelzen auch sehr gut und lassen sich einwandfrei verarbeiten. Ich zeige euch mal den Akkuschacht, was ich entwickelt habe. So, hier sieht man es schon. Das hier ist der Akkudeckel. Ich mache mal kurz auf Pause. Und hier kann man jetzt sehr gut erkennen, wie ich es gemacht habe. Einfach aus Resten von dem Formbord solche Teile reingeschnitten. Den Klettverschluss draufgeklebt und fertig. Die Powertrain habe ich jetzt lackiert. Ich habe ja genug Farbe gehabt. Und ja, bei der Powertrain-Montage muss man auch aufpassen. Der Mann im Video, ich weiß nicht wie der heißt jetzt auswendig, auf jeden Fall hat er auf einmal die fertige Powertrain in der Hand. Und ja, was soll ich sagen. Bei unseren hier in Deutschland, wenn man dieses Graupener Powerpack kauft, da ist immer ein Motor dabei, Servos, was man halt alles benötigt für den Buschwecker zum Beispiel. Allerdings ist nicht dieses x-förmige Teil dabei aus Aluminium, das man im Bauvideo des Buschweckers zu sehen bekommt. Und das bedeutet, dass der Motor zu nah am Rumpf hier vorne ist und der Propeller jetzt hier dran schreddern würde. Das habe ich bemerkt, zum Glück, bevor ich es eininstalliert habe und so weiter. Ja, dann habe ich einfach aus den Resten zwei Schichten von dieser Seite vom Formbord, also von der Dicke, ja, einfach so ein U ausgeschnitten. Vorne zwei Schichten draufgeklatscht und schwarz lackiert und mit Panzerband nochmal umwickelt. Wie im Video, Motor drauf und jetzt geht der Propeller, wie man sehen kann, ganz knapp vorbei. Funktioniert einwandfrei und ja, sowas ist halt schade, dass man es nicht im Video sieht. Die Lackierung in meinem Fall war sehr aufwendig. Man musste sehr viel abkleben und drüber lackieren und nochmal abkleben und so weiter. Ja, hat sehr viel Zeit gefressen. Viele meiner Farben sind komplett bis, ja, zu 99 Prozent, sage ich mal, leer. Am Grau zum Beispiel kann man gut erkennen. Da ist die komplette Dose, kann man Sachen draufgegangen, ein bisschen Rest ist noch drin, aber das ist fast nicht erwähnenswert. Das Gelb von Multiplex, das deckt wirklich hervorragend. Und das Schwarz sowieso, alles einwandfrei. Ja, die Farben lassen keine Wünsche übrig, keine Wünsche übrig. Und ja, ich empfehle auf jeden Fall einen Gyro einzubauen, ein 3-Achsen-Gyro. Ich habe da von Acme, der Stabi 3 drin. Ich schicke euch auch ins Video einen Link zu meinem Unboxing-Video von dem Stabi 3 rein. Der funktioniert ziemlich einfach. Ich zeige euch mal gleich. Ich öffne mal die Tragfläche kurz dafür, wie man den montiert und so weiter. Jo, mache ich hier mal kurz Cut. So, die Tragfläche ist nun gelöst, wie ihr unschwer erkennen könnt. Hier sitzt der Stabi drin. Der muss in Flugrichtung, also nach vorne hier so montiert sein. Und wie ihr sehen könnt, liegend. Und ihr müsst hier ein kleines Teilchen unterfüttern. Habe ich einfach mit Formboard gemacht und dann mit Heißklebe und diesen Schwingungsdämpfern, die mitgeliefert sind, drauf montiert. Die Montage geht eigentlich denkbar einfach. Man steckt diese Kabel, wo beim Acme Stabi 3 drin sind, einfach in den Empfänger. Und nicht wundern, die meisten Kabel, die ihr in den Empfänger reinstecken müsst, sind einpolig. Das bedeutet nicht wie hier, drei Farben, sondern nur ein Kabel ist dran. Und alle diese Einkabelkabel vom Stabi müsst ihr in den Signaleingang vom Empfänger reinstecken. Also da, wo normalerweise die gelbe Seite reinkommt, so müsst ihr es dann reinstecken. Dann funktioniert alles. Bei den Stellschrauben hier kann man die Aggressivität einstellen vom Stabi. Also wie stark stabilisiert. Bei dem Stabi immer nur in minimalen Stücken bitte machen, weil ansonsten halt einfach ihr zu viel verstellt. Immer nur ein bisschen, lieber ein paar mal mehr landen und nochmal nachjustieren anstelle von einmal zu grob und dann ist es zu wenig. Ja, den Stabi könnt ihr auch per Funke einfach hier, zum Beispiel ich habe es auf den Schalter B gelegt und ja, nach oben ist aus bei mir jetzt. So ist es auf automatischer Mode und unten ist 3D-Mode. Das bedeutet, ja, schwächer und stärker und so weiter und eben aus und an. Und ist sehr nützlich, der Stabi, fliegt den Bushraker am besten. Ihr könnt ihn auch ohne Stabi fliegen, aber beim ersten Testflug, wenn noch nicht beim Bau nicht alles hundertprozentig halt genau ist, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Stabi immer einzubauen und auch zu nutzen, weil ohne Stabi ist euch das Modell fast unkontrollierbar in der Luft und auch bei der Landung vor allem. Bei uns gab es nämlich am Anfang Querruder-Probleme und das lag daran, dass wir ins unaggressivere Löchlein die Gestänge eingeloggt haben und ja, dadurch hat das Ding riesige Kurven gezogen von 20 Metern oder sowas. Das konnte man fast nicht landen und in der Luft hat man halt riesige Kurven ziehen müssen. Und jetzt habe ich es ins andere Löchlein reingesteckt, die Gestänge und er fliegt wie im Video. Sehr schön aggressiv, der Motor ist sehr schnell und drehfreudig und allgemeines Flugfalten ist jetzt halt echt super. Kann man nur empfehlen, der Zusammenbau ist nichts für Anfänger. Und ja, beim Fahrwerk muss ich sagen, kann man noch ein paar Stabilisierungen reinmachen. Unten am Akkuschacht, also hier vor dem Fahrwerk, einfach unten noch eine Stange aus Holzresten oder Schaschlikspießen, nochmal selber eine reinkleben, innen und auch dahinter, damit es auch wirklich richtig gut hält. Und ja, die auch beim Akku rein- und rausmachen auch nicht noch mehr zerstört, als wie es sowieso schon kaputt gehen könnte. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, viel Spaß beim Zusammenbau. Oder auch viel Spaß beim anderen Modell kaufen. Weil, also der Zusammenbau ist echt nicht einfach. Ich empfehle es keinen Anfänger. Auch nicht für Leute, die dies vielleicht machen könnten, aber alleine sind. Oder, also der Aufbau hat auf jeden Fall in sich. Und ja, ich bin sehr froh, dass bei mir jetzt alles so gut geklappt hat. Flugvideos folgen bald. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Falls ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.